Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Im letzten Video ging es um die Asus XG Station 2. Das ist eine Box für eine externe Grafikkarte. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Da habe ich kurz getestet, was es bringt oder wie kann man zum Beispiel zocken, wenn wir eine externe Grafikkarte an einen Laptop anschließen. Ich habe hier meinen Arbeitslaptop. Das ist ein Lenovo X1 Carbon Generation 6. Der hat einen i7 8550U. Es gibt noch eine Stufe höher. Es gibt noch einen 8650U beim X1 Carbon. War mir aber der Aufpreis nicht wert für 200 MHz oder was das sind, weil die CPUs grundsätzlich eigentlich schnell genug sind und die Laptops eigentlich eher von der Grafikeinheit, die ja nicht vorhanden ist, ausgebremst werden. Deswegen hatte ich eben die XG Station 2 getestet zum Zocken. Als wir das Ganze gemacht haben, ist mir aufgefallen, also wenn ihr euch zum Beispiel das Gameplay von PUBG anschaut, dann seht ihr links oben in der Ecke diese ganze Monitoring-Information, die ich über den MSI Afterburner einblende. Da seht ihr im Spiel schon, wie sich die CPU relativ krass runter taktet, weil die eben immer am Temperaturlimit landet. Also wir haben beim Zocken direkt immer 95, 96, 97 Grad, taktet die CPU sich ein paar Megahertz runter, dann geht es wieder, also sinkt die Temperatur, dann steigt die Temperatur wieder. Liegt einfach daran, es ist ein Ultrabook, ultra dünn dementsprechend. Man hat keinen Platz wirklich für vernünftige Kühlung. Das haben die Ultrabooks eigentlich so an sich. Es ist nicht wirklich ein Problem, also auch wenn viele immer sagen, ey wie kann man sowas so entwickeln, dass die CPUs so am Limit laufen. Eine CPU macht das nichts aus. Also die CPUs, die sind dafür gemacht, in solchen Temperaturbereichen zu arbeiten. Ihr könnt euch auch vorstellen, dass ein Hersteller wie Lenovo, die ja Tausende, Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende von solchen Laptops bauen, die würden alles vermeiden, dass sie eine hohe Rücksendequote hätten, dass irgendwelche CPUs kaputt gehen. Also die würden sowas niemals machen, wenn es nicht funktionieren würde. Wir switchen jetzt direkt mal kurz auf meinen Laptop. Da habe ich schon CPU-Z geöffnet und ihr seht auch Core-Temp geöffnet. Und was auch direkt auffällt, also ich habe OBS natürlich im Hintergrund laufen, um das Ganze hier aufzuzeichnen. Ihr seht die CPU-Last durch OBS, es ist nicht so wirklich krass. Also da haben wir 5, 6, 7, 8% auf den einzelnen Kern. Aber selbst da haben wir schon, ich sage mal, eine Idle-Temperatur von um die 60 Grad Celsius. Teilweise geht es auch so hoch bis auf 70 Grad Celsius. Links oben seht ihr Power. Meistens ist das Power-Reading nicht so akkurat, also über Core-Temp. In dem Fall kommt es aber in etwa hin, also die CPU im Idle circa 8 Watt. Klingt plausibel für mich, also könnte man fast annehmen, dass das soweit passt. Ihr seht den CPU-Z, die CPU taktet normalerweise eben auf 4 Gigahertz und dann eben immer runter auf den einzelnen Kern 3, 6, 2, 7, 2, 8, je nachdem wie hoch die Last ist. Wir öffnen jetzt mal Intel XTU. XTU ist wirklich ein sehr, sehr gutes Tool für Laptops, weil man viele Sachen einstellen kann, die man sonst mit keiner anderen Software einstellen kann. Also ich gehe mal direkt mal zu Advanced Tuning. Da klickt man natürlich auf Agree und ihr seht direkt, ich könnte jetzt hier auch schon mal, Voltage Offset, also die CPU-Kernspannung kann man sogar hier ändern. Dann können wir den maximal zugelassenen Strom von der CPU einstellen, das Turbo Limit und so weiter. Da haben wir viele Einstellungsoptionen. Wir können natürlich nicht den CPU-Multiplikator verändern, weil die CPU leider gelockt ist. Da gibt es auch wirklich keine Chance, das irgendwie freizuschalten. Also das macht Intel schon sehr, sehr gut, weil eben der Chipsatz, also die PC-H von solchen CPUs immer kontrolliert, was die CPU macht. Das heißt, selbst wenn wir es schaffen würden, die CPU freizuschalten oder zum Beispiel den BCLK zu ändern, dann ist es so, dass die PC-H dauerhaft überwacht, was die CPU macht. Und da gibt es nur so einen ganz kleinen Fehlerbereich. Wenn man den überschreitet, dann stoppt die PC-H die CPU. Das hat man zum Beispiel, wenn ihr versucht, den BCLK um mehr als 103 oder so was zu verändern bei solchen Plattformen. Das ist, glaube ich, das Limit, also 2,8 Prozent ist das Limit, was die PC-H zulässt. Wenn der BCLK sich um mehr als 2,8 Prozent verändern würde, dann wird die CPU einfach angehalten, was dementsprechend bedeutet, wir bekommen einen Blue Screen oder einen Freeze. Das heißt, wir haben also keinerlei Spielmöglichkeiten, was BCLK und CPU-Multiplikator angeht. Das ist leider so. BCLK wäre eigentlich relativ interessant, weil wir ja bei der externen GPU-Box über Thunderbolt 3, was vier PC-Express-Lanes entspricht, über die Bandbreite limitiert sind. Wenn wir PC-Express-Speed verändern könnten, könnten wir auch der Bandbreite ein bisschen entgegenwirken. Nicht wirklich viel, wie gesagt, 2 bis 3 Prozent, aber es wäre auf jeden Fall interessant, das zu probieren. Kommen wir jetzt aber mal zurück zur CPU an sich. Also wir gehen jetzt mal zu Benchmarking. Hier unten im XCU-Tool habt ihr die Möglichkeit, das Monitoring anzupassen. Das können wir hier machen. Da könnt ihr viele interessante Sachen auslesen. Also generell, wenn ihr euer System mal testen wollt, wenn ihr euer Laptop debuggen wollt, wie auch immer, ist es wirklich sehr, sehr hilfreich. Also wir können hier verschiedene Sachen auswählen. Package-Temperatur, CPU-Ausnutzung, CPU-Kernfrequenz. Ich habe dann zum Beispiel auch Thermal Throttling eingeschaltet. Und dann sehen wir zum Beispiel, wenn die CPU anfängt, sich runter zu takten, weil sie zu warm wird. Das ist das Interessante für das heutige Video, weil wir wollen letztendlich bei dem X1 Carbon die Wärmeleitpaste, die original auf der CPU ist, gegen Flüssigmetall tauschen. Da ist natürlich die Frage, wie viel bringt das Ganze? Und dazu müssen wir erstmal testen, wo wir uns in der Ausgangssituation befinden. Deswegen habe ich hier auch Core 0 bis 3 ausgewählt, dass wir die CPU-Kerntemperaturen sehen. So, wir machen jetzt einfach mal kurz den XCU-Benchmark und schauen uns an, was die CPU so macht. Also ich habe ja links Core Temp offen, da sehen wir die CPU-Kerntemperatur, die ist auch wirklich relativ hoch. Also wir haben hier zwei Kerne, die sich dauerhaft eigentlich über 90 Grad befinden, zwei die minimal drunter sind. Und wir sehen auch direkt hier immer dieser gelbe Balken, die er hier hoch schießt. Wenn der nach oben geht, dann taktet die CPU sich runter, weil sie zu warm wird. Das sehen wir auch hier unten, Thermal Throttling. Und dann haben wir natürlich auch noch Power Limit Throttling hier unten. Also wir sehen Package-TDP, die CPU kann sich so 23, 26 Watt circa, kann sie sich genehmigen. Oder wir sehen Reset Maximum, also es waren auch mal kurz 29. Und sobald die 29 Watt erreicht werden, dann muss sich die CPU eben runter takten, weil sie dann zu viel Strom verbraucht. Dieses Power Limit Throttling, das ist relativ interessant. Das können wir im XCU anheben. Also wir können der CPU mehr Power genehmigen. Macht in dem Fall, in der Ausgangssituation, aber auch leider keinen Sinn, weil die CPU ja viel zu warm wird. Also wir sehen bei Core Temp, wir haben jetzt hier sogar schon ein Ausrufezeichen am ersten Kern dran, weil wir hier schon mal ein Maximum von 99 Grad Celsius hatten. Und wir sehen auch die ganze Zeit im CPU-Set, die CPU taktet sich natürlich immer wieder hoch kurz auf 3,6, 3,9, 4 GHz teilweise. Aber im Schnitt bewegen wir uns eher so bei 2,5, 2,6 GHz, weil die CPU eben richtig, richtig hart am Temperaturlimit läuft. Wir haben jetzt letztendlich einen Score von 931 Punkten im Intel XTU. Intel XTU ist ein bisschen ein schwieriger Benchmark. Ich bin mir immer nicht so sicher, wie aussagekräftig der ist, weil in den früheren Revisionen war es so, dass der viele Zwischenberechnungen gemacht hat und das höchste Zwischenergebnis von diesen Zwischenergebnissen wurde angezeigt und nicht irgendwie ein Durchschnittswert oder sowas. Das bedeutet, dass wenn die CPU einmal schnell ist, dann kann man trotzdem ein hohes Ergebnis erreichen, auch wenn die den ganzen Rest vom Benchmark runter taktet. Deswegen nehme ich die Punkte von dem XTU niemals als Referenz. Interessant ist eben nur dieser Graph, wo wir sehen, wie die CPU sich verhält von der Ausnutzung, vom Takt natürlich. Das ist ganz, ganz wichtig, damit wir sehen, wie hoch die CPU sich taktet und natürlich von dem Thermal Throttling. Dann habe ich, um die Leistung wirklich auswerten zu können, natürlich einen Cinebench Run gemacht. Da haben wir 584 Punkte im Multicore-Bench und im Single-Core-Bench haben wir 156 Punkte. Das ist so unsere Baseline. Wie gesagt, temperaturtechnisch gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen zum Ausgangswert, weil wir immer am Temperaturlimit hängen. Wir haben eigentlich dauerhaft immer 100 Grad, egal was wir machen, egal ob wir zocken, ob wir XTU machen oder Cinebench. Das heißt, wir öffnen jetzt mal den X1 Carbon. Ich baue kurz die Kamera um, damit wir ein bisschen mehr Close-Up haben. Dann öffnen wir den, bauen mal innen raus, was geht von der Kühlung, schauen uns das an und ersetzen die Wärmeleitpaste mit Flüssigmetall. Um den X1 Carbon zu öffnen, müssen wir natürlich die Rückseite entfernen, was beim X1 Carbon verglichen mit anderen Laptops, auch mit dem T460, den ich zum Beispiel vorher hatte, wirklich sehr, sehr einfach geht. Also erst mal fünf Schrauben lockern und dann empfehle ich euch, diese iFixit-Tools zu verwenden. Das gibt es auch bei Case King zu kaufen. Ich linke euch das unten mal in die Beschreibung. Könnt ihr euch das mal näher anschauen. Kostet 10 Euro das Set. Es sind verschiedene Werkzeuge enthalten. Ich habe jetzt dieses Werkzeug mal gewählt, mit dem man dann relativ leicht Dinge aufhebeln kann, wenn solche Nasen im Spiel sind. Und die Tools, die sind eben aus einem sehr, sehr weichen Kunststoff, eignen sich deshalb sehr, sehr gut, um solche Abdeckungen zu lösen, ohne was kaputt zu machen und ohne was zu zerkratzen. Also auch wenn ihr mal zum Beispiel ein Handy öffnen wollt, absolut empfehlenswert. Und dann müsst ihr eigentlich nur noch die vier Schrauben vom Kühler lösen und danach können wir den Kühler von der CPU schon entfernen. Den Stecker ganz vorsichtig abziehen, damit eben der Stecker am Kabel nicht abreißt. Und dann finden wir auch schon eine Folie, die da drunter ist. Die Folie ist wahrscheinlich zur Isolation vom Kühlkörper. Diese noch vorsichtig abziehen und schon haben wir den Laptop freigelegt. So, ich habe jetzt den Kühler entfernt von der CPU und ja, ihr seht, die Kühleinheit ist wirklich sehr, sehr klein. Also wir haben eine Heatpipe-Konstruktion, hier eine Kupferplatte, die direkt Kontakt zu der CPU hat. Zum Chipsatz nicht, also hier ist keine Wärmeleitpaste drauf, das ist ausgespart, das ist auch interessant. Dann eben zwei Heatpipes, die hier vorne zu den Kühlrippen gehen. Also hier sind wirklich auch eigentlich die einzigen Kühlrippen, die wirklich was bewirken zur Kühlung. Und hier der kleine Nülllüfter, eigentlich schon beeindruckend, dass man heutzutage eine CPU nur mit so wenig Kühlfläche, ich sage mal, relativ gut gekühlt bekommt. Dann schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Also wir haben hier dieses Multi-Chip-Package, also Kaby Lake R ist es ja. Das heißt, wir haben hier die CPU, die Wärmeleitpaste machen wir gleich noch ab, machen wir gleich noch sauber. Hier von euch aus gesehen rechts daneben ist der Chipsatz der CPU. Das, was bei dem Mainboard eben die PCH ist und getrennt sich meistens rechts unten auf dem Mainboard befindet, das haben wir hier in einem Multi-Chip-Package auf einer Platine verbunden. Hier ist der Arbeitsspeicher fest verlötet. Das ist natürlich auch immer so ein Punkt bei solchen Laptops, da muss man sich vorher schon überlegen, was man will. Upgraden geht da nicht mehr. Das Einzige, was man eigentlich tauschen kann, ist die SSD oder hier eben irgendwelche WLAN-Module oder sowas. Sowas kann man im Nachhinein ändern. Und ansonsten ist das Ganze wirklich sehr überschaubar. Hier, das hinten, das ist die Spannungsversorgung für die CPU. Ansonsten gibt es da eigentlich nicht besonders viel zu sagen. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal kurz die Wärmeleitpaste hier ab, machen das Ganze ein bisschen sauber. Und dann tragen wir Flüssigmetall auf. Ich empfehle euch auch generell immer, das Ganze erst mit einem Tuch trocken zu machen und erst dann irgendwelche Reiniger zu verwenden. Das ist deutlich weniger Sauerei, als wenn man direkt anfängt, mit einem Reiniger die Wärmeleitpaste zu entfernen. Also so ist es deutlich angenehmer. Also so ist es deutlich, dass wir die Wärmeleitpaste zu entfernen, die Wärmeleitpaste zu entfernen.